DJI Mavic Pro Fly Combo Pack Vorbestellt am 30.09. Heute, nach knapp zwei Monaten später, endlich geliefert nach Lieferschwierigkeiten und diversen anderen Problemen und Probleme am Zoll. Heute endlich da mit DHL Express. Und wir wollen uns mal angucken, was im Detail alles in diesem Fly Combo Pack enthalten ist. Hallo, ich bin Jodo Minkes und willkommen auf meinem Kanal. Hallo, ich bin Jodo Minkes und willkommen auf meinem Kanal. Okay, können wir schon mal schön sehen, dass der Fly Combo Pack in drei Pakete unterteilt ist. Wobei das hier vermutlich der Mavic ist. Der kommt gleich dran. Und wir fangen einfach mal hier mit an. Ich habe mir den Combo Pack bestellt. Ah, okay. Okay, nicht wegen dieser Tasche hier, sondern wegen dem anderen Zubehör, was noch dabei ist, den extra Batterien und so weiter. Okay, dann haben wir die Tasche. So, Frontfach. Sehr stabiles Ding. Und dann hier das Tragegurt. Hier das Innenleben in zwei Fächern. genug Platz für den Copter. Unglaublich, oder? Ich bin echt gespannt. Und das Zubehör. Okay. Spanntasche. Weitere Spanntasche. Und eine Gürtelschlaufe. Das ist der iLogo. Eine sehr stabile Tasche. Das war aber nicht der Grund für das Combo Pack, wie eben gesagt, sondern das weitere Zubehör. Aber auf jeden Fall gute Tasche. Schauen wir uns an, was im Flymoor Combo Zubehör Pack dabei ist. Dann haben wir als erstes den Battery Charging Hub. Den schauen wir uns gleich nochmal an. Das Auto-Auto-Ladekabel. Eine weitere Batterie. Noch eine Batterie. Und das war eigentlich der Hauptgrund für den Erwerb dieses Combo Packs. Battery to Power Bank Adapter. Und zweimal Ersatz Propeller. Die ganze Verpackung von DJI ist sehr schön gemacht. Das Auspacken der Propeller spare ich mir jetzt mal. Wie Propeller aussehen, kann sich eigentlich jeder vorstellen. Wir fangen mal an mit dem Charging Hub. Ist alles sehr schick verpackt. So, wo ging es jetzt auf? Wo ging es jetzt auf? Hier. Der sieht dann so aus und kommt auch mit Bedienungsanleitung. Gut, das sind ja kompliziertere Verpackungen als bei Parfümfläschchen. Als nächstes kommt der Battery Charging Adapter. Das Verpackungskonzept ist überall das gleiche. So, ganz leicht, wenn man es richtig macht. Wahrscheinlich packe ich es nur wieder zu kompliziert aus. Der sieht dann so aus, mit zwei USB-Anschlüssen. Dann haben wir hier den Auto-Charger für den Zigarettenanschluss. Okay, Unboxing ist manchmal gar nicht so einfach. Ach, komm raus, du saubern. Hier, schön verpackt. Da haben sie sich aber Mühe gemacht, Herr Gartmann. Ebenfalls mit extra Anleitung. Und so sieht er dann schließlich aus. Mit Anschluss an den Zigarettenanzünder. Das kriege ich nie wieder zusammen. Und dann haben wir hier noch die beiden zusätzlichen Batterien. Batterie 1. Da war jetzt mal. Da war jetzt mal. Da war jetzt mal. Sehr schön verpackt. Mit schickem Weiß. Schöne Schachtel. Der Moment. Der Moment. Ah, der Moment. Ah, der Moment. Da, 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 da. Und hier. Oh, geht von alleine ab. Auch nicht schlecht. Die Gimbal- und Kammer-Schutzhülle. Lag schon lose drin. Okay. Hier hat man sowieso gleich abgemacht. Aber hier ist es erstmal. Oh. So klein und niedlich, wie der aussieht. Und wenn jeder sagt, wie leicht der ist. Wenn man erstmal in der Hand hat, merkt man doch das entsprechende Gewicht und das etwas Wertiges vorliegt. Kein billiges Plastik. Oder sowas. Also dass man schon was bekommt für sein Geld. Da ist schon ein bisschen Gewicht hinten dran. Hat schon was von der Fledermaus oder so rum von der Kakerlake oder irgendwas. Okay. Das ist eigentlich logisch. Zack. So rum sitzt es wieder drauf. Des Weiteren die Fernbedienung. Oh. Wichtig. Power Cord. Ebenfalls ganz wichtig, das Anschlusskabel für Android Geräte. und das USB-Kabel. Und zu guter Letzt das Netzteil. Verpackungstechnisch sehr schick gemacht. Selbstverständlich haben wir eine Sache vergessen und wieder nicht richtig ausgepackt. Wir machen das nochmal auf. Nehmen den ganzen Schutz raus und hier ein Säckchen. Und hier ein weiteres Säckchen, in dem sich nämlich die Ersatzpropeller befinden. Einmal. Da, 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 da. Ups. Zwei. Das sind zwei. Okay. Ja, genau. Wir brauchen ja vier für den Quattrocopter. Glaube ich. Immer noch. Also, die arbeiten ja viel dran, aber ich meine, man braucht immer noch vier Propeller. Und hier sind dann ebenfalls nochmal Propeller enthalten. Im Original-Set. Okay. Ohne den Fly-Kombo. Mit seinen extra Propellern. Okay. Soviel auf die Schnelle erstmal zum Unboxing. Wir wollen das Ganze mal auf dem Tisch drapieren und uns dann alles nochmal im Detail anschauen. Also das hier nochmal ganz kurz im Überblick ist das Gesamtpaket des Fly-Kombo-Packs. Wollen wir mal die Propeller montieren. Wir haben einmal ohne weißen Ring und einmal mit weißem Ring. Genauso haben wir hier. Weißer Ring. Kein weißer Ring. Und so müssen die auch drauf gesetzt werden. Auf der Unterseite können wir wunderbar sehen, da sind diese Noppen oder so kleine Füßchen drin. Die müssen in eben die entsprechenden Aussparungen, die wir hier haben, wie man das da zwischen den Ringen sehen kann. Genau. Und dann werden die leicht runtergedrückt, zur Seite geschoben und sind damit arretiert. Wir probieren das mal aus. Wir setzen die hier konform zu den Nopsis drauf. Zack. So. Ein bisschen runterdrücken, ein bisschen drehen und zack. Es ist nicht fest. Gut. Was war nix. Nochmal. Und so runterdrücken. Wo sind wir hier? Zack. Dann gegen den Uhrzeigersinn. Mit dem Uhrzeigersinn. Wie rum geht's jetzt? So hält's. Mhm. Okay. Ich bin gespannt, wie sich das in der Luft verhält. Wenn der dann mal hochdreht. Das Ding auch drauf. Verdreht. Zack. Und zack. Fest. So sollte das eigentlich sein. Wir haben dann hier im Lieferumfang bereits zwei Ersatzpropeller mit drin. Einmal mit weißem Ring und einmal ohne. gut. Ein Stückchen zurück. Okay. Jetzt klappen wir den Vogel mal aus. Oh, hier oben haben wir noch diesen Warnhinweis, dass man das Gerät ausschalten soll. Wenn man es nicht benutzt. Den machen wir mal ab. Der bedeckt da den Batterie Knopf. Die Batterie an sich. Warte mal. Wir klappen den erstmal aus. Also einmal raus damit. Mit den Füßen. Und dann die Unterseite einfach hochgeklappt. Zack. Hier vorne haben wir den Schutz vom Gimbal und der Kamera. Das können wir einmal abnehmen. Und dann nehmen wir auch noch die Hülle ab. Wenn sich das Ding justiert und arretiert und so weiter, dass da nichts passiert. Ich habe in manchen Rezensionen gelesen, es könnte da zu Überhitzungsproblemen kommen. Ist egal. Alles runter. Alles gut. So. Einmal hinstellen. Und das ist auch schon. Uh. Es quietscht. Unser Gefährt. Okay. Jetzt klappen wir den Copter erstmal wieder zusammen und werfen mal einen Blick auf die Fernbedienung. Also. Aber das grundsätzliche Prinzip hier ist schon klar. den runter und die drüber. Und zack ist das Ding zusammengeklappt und wieder klein und verstaubar. Wunderbar. Kleines süßes Gerät. Bevor es zur Fernbedienung geht, wollen wir einen ganz kurzen Blick auf den Ladehub werfen. Der sieht so aus. Die Stromversorgung wird von unten angeschlossen und zwar das Netzteil mit diesem Ende. Was dann eben hier unten entsprechend eingestöpselt wird. An der Unterseite. So. Genau. Jetzt haben wir hier vier Ports zur Verfügung. Beiliegen zunächst mal drei Batterien, die wir dann einzeln anstecken können. Einmal. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Okay. Das sieht dann so aus. Und jetzt können die Batterien alle geladen werden. Wobei es wird sequenziell geladen. Das heißt eine nach der anderen und nicht alle gleichzeitig. Und die Batterie mit dem höchsten Füllstand wird zuerst geladen. Wenn wir uns also mal den Füllstand angucken mit einem kurzen Knopf drauf. Diese ist voll. Die hatte ich vorher schon geladen. Diese ist so voll und diese so würde diese zuerst geladen werden. Dann die zweite Batterie und dann die dritte. Also in der Reihenfolge des Ladestandes. Zum Schluss des Unboxing Videos wollen wir natürlich noch einen Blick auf den Controller werfen. Der sieht so aus. Der hat hier oben die beiden Antennen, die wir dann auch aufklappen und drehen können. So. Und der hat hier unten die Halterung für ein Mobiltelefon, wenn man das anschließen und nutzen möchte. Das Telefon wird hier an dieser Seite angeschlossen und verbunden. Und es ist ein Kabel bereits integriert, was für Apple, also für iPhones ausgelegt ist. Es liegt ein weiteres Kabel dabei für Android und ein weiteres Kabel mit einem USB-C Adapter. Alles Mikro. Verbaut habe ich inzwischen den Anschluss für Android, weil ich habe ein Android Telefon. Und das wollen wir jetzt gleich mal einsetzen. Wir haben jetzt das Telefon eingesetzt und eingeklemmt. Wir schalten die Fernbedienung mal an. Ein Klick zeigt uns den Batteriestand. Ein Klick. Zweiter Klick halten. Starten. Startet die Fernbedienung. Irgendwann. Ne, komm. Ja. Connecting. Das gleiche machen wir mal mit unserem Kopter. Ein Klick zeigt den Batteriestand. Ein Klick starten. Lässt das Ding aufleben. Und initialisieren. Okay. Hier sind wir irgendwie immer noch nicht weiter. Connecting. Okay. Er kann mal wieder ein Stück weg. ATI. Das Handy meldet sich schon. Das. D.J.E. Go Up da ist. ok die machen wir mal auf jetzt fragt die erstmal nach einem update sagen wir mal wir wollen ein update machen dass man das auch sehen kann next name your aircraft continue was diese verschiedenen modi angeht da wollen wir jetzt mal gar nicht so viel dran rumdrucken wir lassen es mal auf der fold einstellungen und auch die sprache auf englisch das werden wir dann später im detail einstellen check up ja hier das system sagt check up das ist noch nicht alles eingerichtet ok units measurements mit ihr video output des palmetric ist meter beziehungsweise kilometer ok das ist alles richtig updating 100 prozent okay dann meldet sich auch unser freund hier hinten dass da irgendwas passiert so activate your aircraft your one year warranty mode das lassen wir alles mal in standard einstellungen beginnermode continue in register und an der stelle müssen wir es dann erstmal registrieren ok das ist aber dann schon der nächste schritt die fernbedienung sagt dass wir im beginnermode sind gibt ein haufen informationen und an der stelle machen wir dann weiter im nächsten video aber für das unboxing video muss es das erstmal tun ist alles dabei funktioniert alles und wir freuen uns drauf oder ich freue mich drauf mit dem ding endlich in die luft zu kommen das war es mit dem unboxing video und den ersten eindrücken vom dj mavic fly more combo pack hinterlasst einen kommentar wie ihr mit eurem flieger zufrieden seid und wie ihr zurecht kommt und abonniert den kanal und wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn es heißt wohin fliegen wir heute und sehen uns mal mehr details zu dieser ganzen geschichte hier an ich bin jo dominguez vielen dank fürs zuschauen bis dann und dann haben wir noch die zwei batterien die zusätzlichen ja das überlebten krieg ja das überlebten krieg